Hallo und willkommen bei Modellis. Es ist eine Weile her, dass wir ein Video gemacht haben. Das lag vor allem daran, dass wir in letzter Zeit sehr viel Energie in unseren Shop investiert haben. Wir haben in den letzten Jahren den Shop aufgebaut, haben eine eigene Linie für ferngesteuerte Autos implementiert, haben uns hier sehr engagiert mit einem Shop in einem Mall. Aber leider hat das dazu geführt, dass ich mich kaum mehr mit meinem eigenen Hobby, mit dem Modellbau, beschäftigen konnte. Das heißt, das Modell bauen, das Fliegen gehen, all das ist ein bisschen unter die Räder gekommen. Das heißt, ich möchte zurück zum Modellbau, das heißt wieder Modelle bauen, Videos drehen, Fliegen gehen, einfach das Hobby wieder genießen, genauso wie ihr das da draußen macht, darum geht es jetzt. Und deswegen werden wir den Shop verkleinern, dabei gleich eine Info an alle da draußen auf unserer Facebookseite schauen. Auf der Facebookseite wird es demnächst Aktionen geben mit Sachen, die wir abverkaufen aufgrund des Verkleinerns des Shops. Auch die neue Adresse des Shops werdet ihr dann dort finden können. Und natürlich dann auch wieder Hinweise darauf, was es an neuen Produkten gibt. Wir werden die Produktpalette etwas anpassen. Wir werden wieder mehr Modellbausätze haben, das heißt, wir werden wieder die Holzbausätze in den Vordergrund rücken, beziehungsweise Bausätze, wo man selber etwas tun kann, nicht nur Fertigmodelle. Aber wir werden natürlich auch für die Einsteiger weiterhin eine Schiene fahren, wo Einsteiger sehr leicht einsteigen können. Auch da gibt es momentan sehr viele Produkte am Markt, die das Einsteigen deutlich erleichtern. Also das ist ganz wichtig, dass hier auch die Einsteiger auf ihre Kosten kommen. Und was ich in Zukunft anbieten werde, sind Workshops. Ich will einfach die Informationen, die ich habe, direkt live weitergeben können. Das heißt, wir können uns zusammensetzen, eine Gruppe von Modellbauinteressierten und ich. Und in diesem Workshop kann man Dinge erarbeiten wie Elektronik im Modellbau oder wie funktioniert eine Modellturbine. Einfach dieses Basiswissen bzw. auch fortgeschrittene Wissen. Oder bestimmte Techniken, wie kann man etwas reparieren, kleben, wie kann man bestimmte Materialien bearbeiten. All das wollen wir in den Workshops dann weitergeben. Ich hoffe, dass das auf Eure Interesse stößt. Das würde mich natürlich interessieren und würde mich auf ein Feedback freuen. Und ja, also in Zukunft werden wir uns vor allem eben wieder auf den Modellbau konzentrieren. Und ich hoffe, dass ich damit auch mit Euren Geschmack treffe und natürlich wieder viel mehr Videos machen. Und ja, und freue mich dann mit Euch wieder in engeren Kontakt zu treten. Und ja, dann bis bald und wir melden uns in Kürze wieder. Bis dann bei Modellis. th Harba Kompeten Bis dann bei Modellis Longroot und ich möchte nicht gerade auf der początku in deriation assortieren. Bis dann bei Modellis. Bis dann bei Modellis. Untertitelung des ZDF, 2020